Es erfolgt eine wichtige Durchsage der Polizei an die Anwohnerinnen und Anwohner. Im Bereich der Bahnstadt wurde eine Fliegerbombe ausgefunden. Diese soll heute ab 13 Uhr entschärft werden. Die Entschärbung wird nur wenige Minuten andauern. Hierzu muss der Sicherheitsbereich bis spätestens um 12 Uhr geräumt werden. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort befindet sich in diesem Sicherheitsbereich. Im SNP-Dom in der Speyerer Straße ist ein Aufenthaltsort für Sie eingerichtet. Ein Shuttlebus dorthin ist an der Kreuzung Langer-Aller-Nightingale-Straße verfügbar. Mobilitätseingeschränkte Personen erhalten Unterstützung unter der Telefonnummer Heidelberg 71 43 403. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Einsatzkräfte hier vor Ort. Wir informieren Sie, wenn Sie wieder zu Ihren Wohnungen und Häusern zurückkehren können. Ende der Durchsage